Je nach Version kann der Megane mit einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung ausgestattet sein, welche über diesen Schalter in der Mittelkonsole eingeschaltet wird. Ein grünes Piktogramm und die Meldung Adaptive Regelung in der Instrumententafel zeigen an, dass die Funktion aktiv ist. Der Geschwindigkeitsregler mit Abstandsregelung hält eine gewählte Geschwindigkeit und gleichzeitig einen sicheren Abstand zu dem in derselben Fahrspur vorausfahrenden Fahrzeug. Zur Abstandsregelung wird die Betriebsbremse mit bis zu einem Drittel der Bremsleistung eingesetzt. In Ausnahmefällen kann es jedoch erforderlich sein, dass der Fahrer zusätzlich bremsen muss. Wie üblich kann der Geschwindigkeitsregler mit den entsprechenden Tasten am Lenkrad bedient werden. Wie üblich ist der Schweissbremse mitweet leyend. Winzen Leif. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020